Ehrlich gesagt bin ich auch unerlaubterweise hier. Ich habe in den brausenden Felsen etwas zu erledigen. Also bis gleich, im Beiboot. Welches Beiboot denn? Nelly Kudelot, The Fall Fleet ist ein Point-and-Click-Adventure, in dem man ein Objekt mit einem anderen Objekt kombiniert, um dann ein drittes, neues Objekt zu bekommen, das man vorher noch gar nicht hatte. Faszinierend. Es fing damit an, dass ich ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin brauchte. Das verselbstständigte sich alles etwas und nun ist es ein Adventure geworden. Seht ihr, mal wieder alles richtig gemacht. Das Spiel wurde mit Sprechern aus bekannten Serien vertugt. Ist das hier deine Kaffeestube? Nein, es ist mein Delfinarium. Das Spiel ist total dramatisch. Was hat der Baron vor? Ich weiß nicht, was er aussieht, aber ich ahne schon, dass zahlreiche unschuldige Vögel dadurch verenden werden. Alle Vögel, die ich kenne, finden Verenten aber voll blöd. Das Spiel steht voller Intriden. Was war nochmal der Grund, aus dem du nicht oberkörperfrei aufs Bild willst? Hab ich doch schon gesagt, du Spruddel. Keine Brustbehaarung, was? Das Spiel ist total romantisch. Die Vortragsreihe über häufig falsch verstandene nautische Begriffe wird fortgesetzt. Diesen Monat in der Diskussion die Ankerklüsen und die Schwanzwelle. Okay, okay, keine Romantik. Aber die Rätsel und die Geschichte werden dich amüsieren. Egal, ob du nur 9, 19 oder 90 bist. Aber eben nur genau so alt. Also dann, auf ins Abenteuer mit Nelly Kudelot. Lichtet die Anker! Abenteuer mit Nelly Kudelot. Ow, my hair's caught in the chair! How has this happened? Hahahaha